eines tages werde ich einen richtigen freund hier haben ich werde meinen aufpasserschwein wieder haben der hat sich um alles gekümmert der hat sich um die felter gekümmert hat aufgepasst dass niemand in mein haus einbricht hat sich um das lager gekümmert hat sich um zuschauerschwein gekümmert na jetzt hallo aus jetzt auch ok ganz gleich würde ich gerade ok willst du mich verarschen wo ist auch schon wieder natürlich das ist echt eine große biome das überall ich habe gerade gepfiffen ob ich das kann ich wollen egal ich glaube ich werde mich vielleicht ablegen das ist hier oh gott es stirbt euch halt ah verdammt mein hirn kommt einfach nicht hinterher mit dem was hier alles abgeht hallo also liegt das an großen biomen dass hier überall höhlen und schluchten sind ich habe da vorhin nämlich nicht aufgepasst als ich die welt erstellt habe okay diese maus ist auch gerade ein bisschen die hört manchmal auf irgendwie zu tracken seltsam warum sammle ich das auf ich brauche es nicht ich habe verdammte luther krankheit man kann einfach nichts liegen lassen du geh einfach weiter shadow das ist nicht wert aber ich die ziel okay wo waren stehen geblieben holz genau wie weit müssen wir denn noch bis es ist doch soweit sollte ich nicht gleich einfach ich weiß auch nicht das holz fällen doch lieber auf screen auf aufnahme irgendwie machen ich meine sonderlich spannend ist es ja jetzt auch wieder nicht sprach er der jetzt schon über eine stunde lang jetzt hallo ok meiner maus will mich doch ein bisschen verholen bin ich nachtragend ich weiß nicht ob das selbe schwein ist aber keiner verwandtschaft sein weil sie ja nicht weg aber das terraform das kann ja auch noch lustig werden insbesondere ich denke hier so einen treten aufstieg weil sie sich schon zu anbieten öpsa richtig hinsetzen hm 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 Nee, das sind die Wärme. Ich höre das doch. Ich war's nicht. Guck mich nicht so an. Das war der Wind. Ich erzähl die Wahrheit. Guck in meiner Aufnahme. So. So, was mach ich denn eigentlich noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe schon ganz dieser Mann von der Aufnahme mal gesagt. Ich habe keine Ahnung, inwiefern ich halt die Folgen im Länge machen. Bei Minecraft. Es kann sein, dass ich sie eher mehr so 25 Minuten lasse. Und die erste Folge könnte ich frei bisschen überlängert sein, bisschen Luxus. Aber ab da. Ich weiß nicht mal, ob ich... Also es passiert jetzt mal so krass, was spannend ist. Da ich jetzt sagen muss, oh nein, das muss doch in diese Folge. Wegen Thumbnail und Folgenbenennung und boah, 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 boah. Das ist alles so krass. Das ist alles so krass. Ich glaube mal, da habe ich bei anderen Projekten, da gibt mir viel, viel mehr Mühe und alle. Da darf ich mir auch mal ein Projekt auswählen, wo ich ein bisschen runterfahre. Mit sämtlichen Ansprüchen und so weiter. Ich habe nicht schon wieder viel zu viel geplant. Also jetzt nicht Minecraft, sondern halt im allgemeinen. So viel. Was ich davon alles umsetzen kann? Uff, schwierig. Kann ich so nicht sagen. Das ist ja finster wie im Walde. Hast du so irgendwas gedacht, ich sag was an? Ähm. Nani? Achso, das ist einfach der Berg, der jetzt nicht wirklich nachlädt. Okay. Ein Öff. Ja, okay, gut. Okay, okay, okay. Ich war jetzt gerade wirklich so ein bisschen... What the fuck? Eine Lavaspitze. Da, da guckst du, du Schwein. Dezimiert habe ich. Dein Zuhause. Aber... Ja, es gibt doch schon recht viele Möglichkeiten, was man jetzt hier schon machen könnte. Kann es sein, dass ich jetzt schon wieder zu größenwahnsinnig bin? Pfeff... Pfeff... Pfefff... Pfeff... Pfeff... Schnell schlafen. Puff. Hallo? Bitte tut sie mich nicht. Ha 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 Creeper. Das habe ich gesehen. Ha Ha Ha. ja ja ich wollte sowieso bisschen erde klatschen gehen kein problem hat den herr skeletti mann denn noch irgendetwas hinterlassen aber nicht milch ich bin der größte so war hier tun war hier leben oder wo war das keine ahnung das kann ja weg das bisschen höher gelegen ist ja sieht schon scheiße aus egal ja mann 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 die erste aufnahme von minecraft der mutter beziehungsweise die zweite weil die ersten hier im kurzen berechnen aber ich finde kann man ja schon mal machen ich brauche das nicht nein ich brauche das nicht so messi einfach du hast doch schon zig stück von dem ganzen du brauchst das okay das war jetzt gerade ein bisschen sehr creepy nein ich werde es keinen also wer mich kennen sollte ich werde jetzt keinen neuen charakter irgendwie erschaffen der wo die holzfälle heißt nein ich habe vor einer weile schon einen neuen charakter erschaffen und sein name ist ich brauche erst mal keinen weiteren charakter den ich irgendwie körpern muss weiß macht ja an sich ja schon spaß was er unter anderem auch mit einem projekt zu tun hat was ich irgendwann mal demnächst irgendwann mal demnächst start will da will ich mich halt wirklich versuche an zum also also roleplay charakter und nein es wird nicht gta bis zum heutigen tag habe ich gta 5 noch nicht ein einziges mal angerührt die eine stunde die er die macht voll dann habe ich jetzt zwei stunden aufgenommen also insgesamt drei hallo und dann werde ich mich auch erst mal von der aufnahme hier verabschieden ich weiß auch nicht wie ich meine kraft bringen werde ob das halt wirklich regelmäßig kommt oder je nachdem ich glaube es wird einfach so wie viel ich habe wie viel für wie lange es reicht und ja ich weiß aber wirklich machen wir sind wie jedes projekt kommt wenn es kommt von daher ich wiederholen sich nur es ist jetzt nicht so ein projekt so viele gefahrte oder überhaupt gewartet hat ich habe wieder mal ein bisschen bock mein kopf zu spielen ich will eine neue staffel anfangen auch gucken wie es läuft und wir werden sehen wir werden ich habe zwar anfang gesagt dass ich bin sehr unsicher bin was das mycraft stream angeht ich mache ich da halt ein let's play stream vielleicht dann habe ich wenigstens auch feedback was den ton und alles angeht kann das sein dass auch bis hier der ganze ton einfach richtig kacke wird ob man alles nicht hört in dem sinne gibt es jetzt drei stunden micro ohne vernünftigen ton passiert ich glaube wenn ich halt mit minecraft streams anfangen ich glaube ich werde wirklich erstmal mit so let's shows machen dass ich einfach irgendwelche über ein paar maps so rüber laufe und bisschen zeigen bisschen quatschen und so und so gucken wie sie da halt ich bin 30 mal ist halt so einkommt generell habe ich jetzt wirklich fast zwei stunden nur holz da freue ich mich verdammt ja komm den krieg ich noch schön ich könnte auch gleich die ganzen dann haben wir das für den leuchtturm ich bin mir ziemlich sicher hier würden wir schneller voran also mit dem leuchtturm voran kommen als am ende von staffel 1 weil ich glaube dagegen gab es nicht so viele rote blumen oder weiße gut weiß wird auch noch ein bisschen problematisch werden aber stopp dafür kann man knochenmehl nehmen hat man mir glaube ich mal gesagt hat man mir glaube ich mal gesagt haben wir schon mal einen ab für mein haustbaumhaus wuff 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 das wird das äh oh boy da kann ich sagen das ist auch so ein langzeitprojekt ne ich würde ja zeigen wie das damals ausgesehen hat aber leider würde das mit zudem ich habe das geld gehört ja was leider nicht geschafft hat also also die maps die es halt leider nicht geschafft haben zu überleben alles weg alle messen weg so einfach ein verbrauchtes buch ich könnte jetzt auch schon auf und weiß darf pflanzen aber später später gemacht gemacht ich könnte ich würde ich gerne mal probieren dort okay ja definitiv kommt jetzt schon nice das ist das war moment das knochenmehl das weizen okay gut ja also wenn man das bloß und so grob drüber geht könnte verwechseln bestehen eventuell schlafe ich glaube ich muss ja noch genau genau ja 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 ja